Das ist ja nicht. Irgendwas passiert bei dem Fenster nicht. Kenne ich, kenne ich. Cleanstones kann man ja eigentlich auch mit der Spitzhacke hier rausholen. Da muss ich nämlich nicht so viel immer umbrennen. Wobei Cobblestones haben wir ja auch genügend zum Umbraten. Und Kohle ist jetzt auch nicht gerade mager gesät im Moment. Ja, ein paar holen wir mal so raus. So. Ganze Erde noch abkrabbeln hier. Ach, wie aufregend. Du kommst voran beim Hausbauen, oder? Ja, ich mache gerade ein bisschen die Fenster und versuche halt, dass es ein bisschen symmetrisch wird. Symmetrie. Genau. Die Schönheit für das Auge und so. Mhm. Heißt das doch. Zweckmäßigkeit ist mir völlig egal. Hauptsache es sieht auch knackknorke aus hier. So etwas taugt da nicht. Ich fälle das Banane. Siehst du? So. Hat hier noch alles weg? Das ist noch gar nicht nächste Etage, das siehst du mal hier. Man kann sich das Fenster natürlich auch einfach zurecht schummeln. Kann man auch, ja. 4, 4, 4 und immer ein Block dazwischen, ne? Also 4 Block, 4 Block. Nur in der Mitte passte das nicht. Dann wäre es entweder 3, 4 oder 4, 3. Und jetzt habe ich einfach 3, 3 gemacht, weil in der Mitte zwei Blöcke sind. Symmetrie. Ja, Symmetrie. Oh Gott. Spitzacken habe ich noch ein paar. Das passt. So, jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es wird wieder dunkel. So. Äh, dann geht's hier weiter. So. 3, 4, 5, 6, 7. Äh, Stopper. Mal gucken, wie weit wir kommen noch mit diesem Haus. Ach so. So, das Dirtgerüst mal wieder ran. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So. Hier brauche ich da aber gar keinen. Für Block, für Block, für Block. Für Block. Ja, brauche ich da gar keinen. Hier läuft dann das Wasser weiter lang. Hier läuft dann das Feld weiter. So. Oh, hier ist gerade der Zappen-Duster wunderprächtig. Ja, sag dir doch, wird wieder Nacht. Nein. So. Aber mir spendet der Mond ganz viel Licht. Ja. Mir gar nicht. Auf der einen Seite spendet er. Auf der einen dann nicht mehr. Da ist jetzt ein Stopper drin. Wie er dann nicht reinläuft. Ja. Okay. Gut, das kann man ja alles von unten nochmal angucken, dass das alles richtig gebaut ist hier. Äh. Wenn da gemacht. Mir fällt erst gerade auf, was für komische Maske im Hintergrund läuft. Das klingt sehr nach Weihnachten. So. Ja, ja, wir haben jetzt noch Weihnachten. Ähm. Äh. So. Da muss ja doch hier ein Stopper rein, ne? Im Laden steht zwar schon Ostern rum, aber wir haben noch Weihnachten. Ja, ja. Bei Minecraft ist noch Weihnachten. Wenn ich jetzt runterfalle, muss ich ein kompletten neues Dirtgeriss bauen, damit ich aufs Dach komme. Gibt doch alles so gar nicht hier. Warte mal. Wasser läuft hier entlang und hier muss es runterlaufen. Das heißt, hier muss das... Na doch, ist richtig. Okay. Äh, ich kann auch nicht spawnen. Ich bin so. Okay. Ah, das gibt noch ein schönes Stückchen hier zu basteln. Ich muss erstmal wieder den ganzen Kram einsammeln, der runtergefallen ist. So. Bin mal gespannt, ob das alles so hinhaut, wie ich das mir hier vorstelle. So. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Nochmal dann. Ach, der lege Zeit. Hast du schon mal so eine Farm gebaut? Nein. Zumindest noch nie komplett fertig. Sagen wir es mal so. Ich habe auf Screen Master ohne Let's Play einfach so, just for fun für mich, mal da angefangen, sowas aufzubauen. Aber das ist, da hast du dann im Creative Mode basteln können. Da war das dann einfach. Aber so war das, na, etwas brutal. Was ich manchmal auch gemacht habe, ist, dass wir es einfach vorher im Creative getestet haben. Ja, das meine ich ja. Das müsste ich auch mal machen. Wir stehen jetzt schon auf den Fenstern drauf, eigentlich. Warte, warte. Nächster. Warte mal, hier ist die Etage. Ja, dann hast du da halt einen Block, warte. Mal gucken, das wäre dann. Ich muss jetzt nicht die Treppe zubauen. So. Ja, das haut hin. Doch, das passt. Weg, 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 weg. So. Doch, das haut hin, ja. Genau, hier haben wir dann schön die große Front, da kann man dann alles sehen. Ich kann ja auch schon mal das Zwischending hier einziehen, eigentlich. Das ist halt die Höhe. Ich meine, wenn man rausguckt, dann sieht man halt auch echt noch so ein Stück vom Fenster und... Ja, schön rausgucken. Schön symmetrische Optik. Ja, symmetrisch, stimmt. Nachdem du das hingepastelt hast. Sag dir doch, wird alles angepasst. Ja, das ist schon mal. Oder neu gebaut. So. Ich habe keine Lust, da unten jetzt rumzugraben ohne ein paar Zauberwerkszeuge. Da wirst du ja nie fertig. Die Bewahrheitsspitzhacker würde ich jetzt auch nicht unbedingt nehmen. Das ist ja nämlich dann auch das Problem, die wieder zu entscheiden, kostet es wieder 30 Level. Das ist wieder dann... Ja, bis du die zusammen gepopelt hast. Ich kann aber auch mal eins... Treppe schummelnd wegen dem Dach, wegen oben, weil wenn du hochläust und dir den Kopf nicht schlossen willst, musst du dir hier Stone, äh, Halfbricks hintun. Okay. Ja, dann mach das mal. So, ich gehe jetzt mal eben hier ein bisschen Eisen in eine Kiste schmeißen. Und jetzt überlege ich mit dem Gedanken, hier überall komplett Halfbricks hinzubauen. Damit es von unten passt. Ach man, das ist doch nicht fair. So, äh, habe ich einen ganzen Öfen eingeschenken geballert. Hast du irgendwo Öfen in deinen Rucksäcken? Hm, nöööö... Da habe ich den in die Toolbox geparkt. Habe einen hier. Nö, ich habe keinen einzigen Öfen. Wo habe ich den hingeparkt? Das kann ich dir nicht verraten. Hm. Wo mache ich den in die Toolbox hinsen? Und reißen wir alles wieder ab? das waren die werkzeuge ich den öffentlichen gepackt gibt es ja gar nicht da sind sie auch nicht ich habe keine kohle dabei gibt es aber nicht das müssten wir noch sein lassen jetzt gemacht mal instant 100 stück also 7 8 9 immer raus damit dann gehe ich mal eben hier mit eisen einschmelzen brennen wir die acht mal durch in der zeit räume ich mal kist auf die zäune brauche ich noch das kann weg kann alles weg das kann anders weg kann platz mehr na super so ein bisschen platz machen muss manches gleich übereinander legen nein so ich hatte seine dekokiste war ach das ist doch da so blümchen pappen weg damit clean stones erde dies kann man auch hier gleich verdosen so weg damit dass das dass das noch raus so so sieht es aus eins nach dem anderen fucking zaun zauntor brauche ich im moment eigentlich nicht nee so dann lassen wir den mal hier auf der faust ist der mal aufgeräumt wenigstens so es ist wieder tag die sonne exkludiert in mein leben rein die erde ist schon wieder fast voll hier riesen kiste ich habe stackweißer rausgeholt schon fast voll aber noch clean stones ok die kiste ist voll definitiv und ich kriege noch so viel erde dazu das ist ja wahnsinn drüben die kisten sind ja auch vor den stonehenge ich glaube wir können schon anfangen überschuss lager einzurichten mehr bei den kisten können wir noch upgraden b 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 warte mal kann man ja zeit kann man noch upgraden Treffen beide voll wir waren dabei hier weiter mal so langsam ach das kostet nur zwei das ja kann man machen so langsam entwickelt sich das Dach nicht das Dach sondern das Gold das erste Geschoss na wunderbar so das kostet nur zwei Diamanten das kann man machen haben wir aber noch über den Stack da ja ok ja gut ist ja kein Problem man kann ja wieder machen das ist ja alles kein Thema hier aber muss man überlegen zwei volle Stacks so ach verdammt was hab ich jetzt gemacht so das machen wir mal so 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 blöden die Rahmen dahinter gleich nochmal 3 weg damit Gemälde kommt nebendran so Sand so ähm Sand hier pam weg damit so Kisten Upgrade wollte ich eigentlich bauen und Eisen wollte ich knötern hier so ach ich guck mal den okay dir fehlen Hüter uch na wir haben noch nicht so viele deswegen gestern waren es noch drei Schweine oder ja eins ist abgehauen da waren es nur noch zwei ach pass auf so das kann man auch mal da reinschmeißen so so weiter äh text da so schön weiter das Gebäude hier abbauen das Haus muss jetzt mal kurz ja klar Schiff machen hier ich hab so viel Schrott in den Taschen rumfliegen da kannst du ja nicht arbeiten mit hier so Tropen-Tropenholz haben wir massig Reichenholz noch ein bisschen ähm ok halt falsch rum da Werkbank in der Luft ja das hat man heutzutage so völlig normal äh ich weiß ja gerade warum wir so viele Stairs gemacht haben ich frage dich gar nicht zurzeit Hauptsache man hat es ja ne also ähm Truhen brauchst du auf keinen Fall machen da haben wir noch Stackweise davon ja also Stackweise ist übertrieben aber 51 Kisten haben wir noch in der Tasche also so da brauchen wir definitiv mal keine machen so bei den Föhnmengen ja so das ist meine Tasche die passt du hast alles ausgeräumt die zwei sind leer da sind noch zwei Sachen drin so jetzt haben wir mal alle Taschen leer so ok ja jetzt kann ich mal